Das ging ja richtig schnell mit der letzten Folge, das habe ich gar nicht so schnell erwartet. Okay, also, weiter geht es. Wird halt. Also, um das wieder vorzulassen, um die schweren Zeit zu betreiben, benötigt man Nahrung, denn die Dienen nehmen ihre Spezifische Nahrung vor. Z.B. nehmen Flut, Brot, Eisnerz, Brot, Fleisch, Kölner und Goldmann und Fisch. So, der steht zwar sind die Freizeit, aber wenn wir jetzt die Dienen machen, will ich auf der Hohne, von der Hohne, die mir verursachen, dann, ähm, füfff, Fisch, Fisch. Wir nehmen jetzt nach ihrer Arbeit eine Kohlende Steinbüche, und... ...de Fisch ist sehr besonders beliebt bei den gearbeitenden Goldmüllmüllmüllmüll. Da steht es eigentlich nur beliebt oder so, aber im Falle, das ist so, die eben nur in dieses Zeug, nur nichts anderes. Also man braucht die jeweiligen Narben. Um das alles zu produzieren, braucht man erstmal Getreidefarmung. Ich habe Getreide produziert, das in der Farbe, die man hier in der Schafsucht hat. Das ist auch bei jedem Fall unterschiedlich. Es gibt dann Gänsezüchte, eine Farbe. Ich weiß nicht, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall fehlt, wo man ein Fluch ist, dass wir das in der Schafsucht haben. Okay, und dann hier in der Schafsucht, das Getreidefarmung ist, dann in der Schafsucht, verarbeitet zusammen mit Wasser, das ist ein Wasserwerkstatt. Dieser Schafsucht, das Getreidefarmung ist, die Schafsucht, das ist ein Wasserwerkstatt. Und dann hier in der Schafsucht, die Zuletzt sind. Die Zuletzt sind. So, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Ich habe das hier aus dem Meer. Oh, was ist das? Aber das Wälder, fl lysere, rufe Das ist ein Pfeil. Ok, ich glaube es hackt. Wir können jetzt wagen, wenn wir zu bleiben. Nein. Ja. Ok, wir haben die Täter. Wir haben die Täter. Wir haben die Täter. Stimmt. Wir haben die Täter. Es gibt auch immer, wo der Seite auch noch ist. Das ist ja auch so. Ja. Das ist ja so. 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 Das wäre ja so. Das ist 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 ja so. Und das war hier, um in der Fahrzeuge eine Fruchtur, die die Arbeitsplätze zu betreiben oder die Fahrzeuge, um den Platz zum Marktplatz zu schauen, wie es zockt und transportiert wird. Dann gibt es auch den Hafen, da hat man ja wirklich nicht wirklich viel geklärt, der als Handelsumschlag und abfällt. In der Werft werden Schiffe gebaut, in der große Tempel, und da hat man das auch erst dazu. Da hast du, mit einem Zaunerbund ziemlich heftig um die Schuhe geschüttet. Und im kleinen Tempel wurde hier der produzierte Wein geopfert, was hier oben schon die ganze Zeit abgeht. Da hast du einen Fauner gewonnen, ich habe jetzt zum Beispiel schon 300 Fauner und ganz schön einige Zaunerbund. Und das ist natürlich auch, weil er hat sich so, und für jeden eingesetzten Zaunerbund, die man hier mit seiner Tür bringt. Und dann haben wir einen Faunerbund. Und das ist ein bisschen recht wichtig. Und im Tier ist eigentlich das Beste. Zierobjekte. Zierobjekte erscheinen jetzt mal völlig sinnfrei. Weil es in der FMI Basel hält. Naja, das reicht, dass man für ihre Verschömer. In Wahrheit allerdings, verschönern sie der Sieger und verstärken sie die Kampfhäuser ihrer Truppe. Die sind auf der FMI hier oben direkt. Die Kampfhäuser wird erhöht sich. Die Verteidigung geht. Das ist individuelle Kampfhauser. So ist die Kampfhäuser. Und da gibt es wirklich eine FMI. So in der FMI eingestellt, haben wir auf der FMI. Das sehen wir auch dabei den Kampfhäuser auf dem Tipp, das ist eine Kampfhäuser der Truppe. Das ist eine großefälle für die Kampfhäuser der Truppe. Das ist eine große Werte. Und die Kampfhäuser der Truppe ist eine gewisse Frage. Und die An ownerschaft gewinnen. Jetzt ist die Sowjetunion, wo wir untersteigen. Das bedeutet, ich könnte jetzt zu waschen. Wir haben das... Das... Das wird uns hinsetzen. Wenn wir uns direkt verliebt haben, dann ist das noch gebraucht, dann sehen wir einfach die Tiefel, dass er einfach nicht schreit. Jetzt wird uns herkommen. Die Versammlung sollte uns auch sehr schön sein, weil der Torbüter ausgebildet ist. Es reitet dann eine Torbüter aus. Das sind die drei Gebäude, die im Gebiet erobert werden. Und die Torbüter ausgebildet. Wenn man hier weg kann, dann setzt man das Gebiet, dann wird das Gebiet, dann wird das Gebiet, dann wird das ein Torbüter ausgebildet. Und dann wird das ein Torbüter ausgebildet. Und der Torbüter ausgebildet ist dann ebenso, dann wird da ein Torbüter ausgebildet. Und dann wird das ein Torbüter ausgebildet, das eins, zwei, drei, vier, fünf, dann wird das schämt, und die Schwerter entführen... eine Schwerter kam. Die Schläger waren am Anstrengend und so, dann wird das noch nicht mehr valdiert. Und dann wird das Erfolgsaufbaktion Und wenn man mit Marktkarren gebaut wäre, oder ein Gründungskarren, soll eigentlich heißen. Mit Gründungskarren, entfernt von der eigenen Basis, sagen wir mal, ich baue hier jetzt einen Marktkarren und schaffe es irgendwie, der das Ding da hochzuschiffen. Und dann kann ich hier oben ein Zitronhaus, das muss mir falsch machen. Und das ist das Grundgemeinde, das ich an den Fall stoffe, den Produktionsplan für mich, aber ich halte gemein. Und das ist das Grundgemeinde, das ich an den Schissen habe, wenn man eine Produktion zu Papst habe, die Produzierte Produktion für die Katakulte. Okay, das erste Freitag ist fertig. Jetzt ist es fertig. Jetzt ist es fertig. Das Ding bau ich so gut wie nie, der auch verbackt ist. Man baut das Lazarett und während es gebaut wird, kann man den Einzugsbereich des Gebautes einstellen. Wenn es fertiggestellt ist, geht das nicht mehr. Der Einzugsbereich ist das hier. Da kann ich dann jetzt bestimmen, wo der arbeiten soll anhand dieser Kringel. Das Lazarett, das kann man nicht mehr vorstellen, während es noch gebaut wird. Wenn es dann fertig ist, kann man das nicht mehr einstellen. Und dann muss man die Soldaten, wo wir jetzt in den Einzugsbereich einstellen. Und jetzt wird das projektliche Problem gemacht. Die Soldaten werden dann genügend gerufen zum Lazarett. Und dann wird das kalt. Das Problem ist, wenn man nicht hält, im Lazarett ist so ein fauler Sack, dass der selbst entscheidet, wann er Bock hat, den Soldaten zu halten. Und dann kommt das so ab und wieder raus, als eigentlich ein paar Sachen, wo man das macht, und dann kommt das so ab und wieder auf und wieder auf. Ab und wieder weg. Dann kam es. 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 Die corners lachen. Dann kam es. 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 Dann kam es jetzt closed. Dann kam es kurz zu bis zum Öl. Dann war ich fertig. Dann kam es hier von oben drum raus. Dann kam es kurz los. Dann kam es kurz vor. Kriterien ist hier etwas. Einants等一下 wirdved. Dann sind die orthogonal noch nicht so gut aus. Deinem Murmungsない Geld zum Beispiel in deradıgotten. Sven ist tot. Gerade eben von 6 auf 1 zu sagen. Für Sven-Kolimusik. Tadaaa! Sven ist tot. Tod. Gut, dann mit Fabian und der Vandamir schliebt. Und wir haben auch jetzt gerade Pjörno, bei den Wikinger-Jugeln. Und wir haben jetzt auch noch einen Ort, mit dem Armee. Und wir sind auf den besten Weg, auf den Toren einzugehen. Und dann bleibt mit Fabian-Kolimus mit seinen 1296 Soldaten. Arsch, das sind verdammt viele. Aber ich weiß nicht, aber wir haben schon wieder 10 Minuten gesammelt, ohne wirklich was zu machen. Und hier... Ja, wir haben einen Löcker. Achja, und hier unten sehen wir uns, das hier ist jetzt... Ich glaube, das ist der Med. Ähm, Hauptflasche. Und sobald der in unser Gebiet reinkommt, wird er automatisch zu Weibung gewandelt. Das ist ja historisch. Ja. Ja, macht dann was. Du weißt doch. Und... Na, okay. Ich wollte mal sagen, jetzt habe ich mal... ...und... ...und das hat noch mal... ...desens hier... ...und auch mal... ...und zwar kurz in das Blatt, wie man die Wälder nicht immerhin... ...und auch mal alles in die Wälder nicht eins aufs All-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem. Das ist sehr wichtig, weil der Eindruck ist, die 50 sind da mit 50 Betten. Das bedeutet, hier kommt sie zum Beispiel, da kommt sie zum Beispiel, da kommt sie zum Beispiel, da kommt sie von einem anderen Geist, dann kommt sie zum Beispiel, und dann die Zahl der Bettenkuter, die Zahl der Sieger sind. Natürlich ist sie leider nicht gleich, weil es keine Unterkunft wäre. Das ist richtig unengenehm. Aber hier sehen wir, dass es so eine Unterkunft gibt. Das ist schon fertig. Das ist schon fertig. Aber dann kommt sie zum Beispiel zurück. Da kommt sie zum Beispiel. Das ist 18. Das ist das Spiel und ich habe Platz zu sagen. Scheiß drauf. Oh, Halt! Halt! Ich könnte sie mit Sanität an in Deutschland tun. So, jetzt gibt es erstmal Wertkämpfe. Meine offensiven Kampfkaufel trägt jetzt 89%. Schön. Über der Hochweil geht es. Hier sind Objekte. Und da eine Blumenbase hin, da eine Sitzbahn, und so weiter. Halt! Halt! Asse! Ein Holzfäller, durchfühlt dich. Die zweite Folge ist gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!